Dass alle Schichten, alle Klassen der Gesellschaft gleich behandelt werden, dass es zum einen natürlich darum geht, Unternehmer zu stärken, Unternehmertum zu stärken, dass es aber auch darum geht, soziale Verantwortung zu haben, nicht nur von seinen Unternehmen, sondern auch von Seiten der Politik und dass das Geld, was vorhanden ist, dort ausgegeben wird, wo es notwendig ist, wo es in Mehrwert schafft und dass es nicht dazu führt, neues Geld einzunehmen durch Steuern oder Abgaben, sondern einfach die Ausgabementalität kritisch zu prüfen und intelligenter zu gestalten.